Hi und herzlich willkommen zu diesem Follow-Me-Around. Ich habe Probleme in der Öffentlichkeit zu vloggen und habe teilweise Sachen aufgenommen, wie ich rede, wie zum Beispiel hier. Aber da ist nur Nonsens dabei, mehr oder weniger bliblablub. Deswegen mache ich dieses Voice-Over, was sehr viel informationsreicher und gehaltvoller ist. Nicht, ja, ich habe halt da ein bisschen was erzählt, dass ich nach Berlin fliege, weil wir da auf die Shows gebildete Premiere mit Sendertime, also mit die Filmfabrik und Flo Vlogged, auch dort waren. Und dann bin ich geflogen. Und dann war ich schon da, in Berlin. Ich war jetzt sofort zum Platz und dann war es das letzte Mal hier heute. Na ihr Mirello-Bertz, alles gut bei euch. Guck mal, so sieht das als Pullover aus. Das kann man auch käuflich erstehen, genau wie die anderen Sachen. Das ist mir jetzt zu kommerziell. Ich finde, wir sollten wieder mehr Back to the Roots. Ja, Mireille, jetzt ist die Frage. Wolltest du... Wolltest du das noch laufen lassen oder kommt da jetzt noch irgendwas in? Du, ich frage dich. Du hast doch so eine Idee, wie wir unsere Klicke, unsere Bande nennen können. Nee, jetzt bin ich gerade entfallen. Wie wäre es mit Klix-Klicke? Ich bin einer der Typen, der immer mal wieder sagt, dass er kein Fick... Ist du diese DVD-Fabrik oder was? Das Video-Mensch, das hat mich gezogen. Florian, steig doch mal da drauf. Florian, steig doch. Hallo. Hallo. Jetzt geht jetzt die Kamera. Soll das die Mama mal machen? Was ist das mit deiner Zunge? It's amazing, the strong and strong voice. Go, go, go. Ja, der Dominik, wir werden jetzt gleich ganz alleine von hier vorne nach der Hunde wieder hin. Das wird also der Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie er das bewerkstelligen will, aber er war sich sicher, dass er das alleine nur mit einer Hand hat. Ich hab noch gesagt, soll ich nicht helfen? Er sagt, nee, ich schaffe es. Florian blockt. Warte, warte. So, wir sind jetzt im Hotel, ich bin mal ganz alleine, kurze Roomtour, Roomtour, Badezimmer. Ich hab mich irgendwie duscht und fertig gemacht, ähm, in nur 20 Minuten. Florian braucht noch mit seinen Haaren. So schau ich jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich die Schleife drin lassen soll. Warte. So. Hm. Keine U-Weine. Hast du schon probiert? Nee. Schon nicht. Du aber nicht? Nein. So macht man das nämlich. So macht man das nämlich. Er hat es mich eben erst bei mir auffällig gemacht. Das macht man anders. Du bist halt ein Experte. Super cool dafür. So, wir sind jetzt am roten Chappis. Ach so. Aber wir sind leider bis zu früh dran. Es sind nur Journalisten. Das sind ja die Farben. Was? Journalisten da? Metallisch und Orang. Ja. Also das ist, das ist, das ist einfach mal. Und jetzt warten wir und dann werden wir wissige Fragen stellen. Hoffentlich intelligente Fragen stellen. Okay. Florian hat schon ein bisschen Angst, aber Angst, aber Angst, aber Angst, aber Angst, aber es wird schon. Du schaffst es. Wir waren in dem Film und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also ich hab ja den Trailer gesehen und mir gedacht, das möchte ich nicht anschauen. Aber jetzt im Nachhinein, hab ich mir gedacht, es war schön, dass ich es angehe. Ähm, ich weiß immer noch, also es ist jetzt schon ein bisschen her, wir waren gerade noch was essen danach. Ähm, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also, ob ich den Film jetzt gut oder schlecht oder mittel fand. Ich weiß, ich muss echt, glaube ich, länger darüber nachdenken. Ja, es war auf jeden Fall was, wo man drüber nachdenken kann. Sind wir schon da? Ja, wir sind jetzt in unserem Hotel. Und ich glaube, hier an dieser Stelle beende ich das Ganze. Ihr solltet auch die Vlogs von FloVloggt und Dominik, der noch Party machen ist, anschauen. Geschäfte natürlich. Von FloVloggt und Dominik, der noch Party machen ist. Als wäre das so sein... Sein neuer Kanal übrigens. Ähm, ja, und dann könnt ihr hier gerne noch das letzte Follow Me Around anschauen, wenn ihr da noch Bock drauf habt. Das war von den Videodays und dann mein letztes Video. Bis dann!